Longevity, ein absoluter Trend und der wird insbesondere interessant, wenn wir selber älter werden, weil dann geht es an die Endlichkeit und dann denken wir natürlich darüber nach, wie wäre das denn, wenn wir noch länger leben und wenn wir dabei auch richtig fit und vital sind, weil das beschreibt Longevity. Es geht eben nicht nur darum, besonders lang zu leben, sondern eben auch eine Healthspan zu haben, die lebenswert ist, eine hohe Lebensqualität hat und darüber sprechen wir heute im Podcast von Meno Kuhl und ich freue mich sehr darauf und wo ich mich auch darauf freue, die FIBO, die rückt immer näher. Da bin ich als Speakerin unterwegs, halte Vorträge, gebe auch Yoga-Lessons und auch Live-Cooking. Es gibt auch Web-Dinners für Ladies, also ganz spannende Sachen. Ich verlinke das in den Shownotes, da kannst du auf jeden Fall mal schauen, auch wenn du ein Ticket haben möchtest. Die FIBO ist in Köln vom 25. bis 28. April, da könnten wir uns live sehen. Aber jetzt zu Longevity, dann lass uns mal loslegen. Mit 80 oder 100 sogar noch fit sein und mitten im Leben stehen, das wünschen sich viele Menschen. Die schlechte Nachricht, wer lange lebt, bleibt aktuell selten im Alter dauerhaft gesund. Und die gute Nachricht, mit einer verantwortungsvollen Ernährung und einem aktiven Leben lässt sich die Chance auf ein langes, gesundes Leben, auch Longevity genannt, signifikant erhöhen. Das englische Wort Longevity, das leitet sich übrigens aus dem Lateinischen ab. Longus bedeutet lang und vita das Leben. Und so lässt sich Longevity mit Langlebigkeit übersetzen. Und es geht dabei nicht nur darum, möglichst alt zu werden, sondern eher um die Lebensqualität, um die sogenannte Healthspan. Der Nobelpreisträger Alex Carie beschrieb das so, Langlebigkeit ist nur erstrebenswert, wenn sie das Jungsein verlängert, nicht aber das Altsein hinauszieht. Ganz spannend dabei, wenn wir mal auf die blauen Zonen blicken, vielleicht hast du davon schon mal gehört oder es gibt bei Netflix auch eine Serie darüber, es gibt auch Bücher dazu. Und zwar ist es so, dass die Gene für unsere individuelle Lebenserwartung anscheinend nur eine untergeordnete Rolle spielen, beziehungsweise nicht nur anscheinend, die spielen eine untergeordnete Rolle. Und nur ein Viertel der Lebenserwartung ist nämlich genetisch bedingt. Der persönliche Lebensstil sowie Umwelteinflüsse, die haben hingegen einen erheblich größeren Einfluss darauf, wie lange ein Mensch gesund lebt. Und Anhaltspunkte dafür liefen die eben schon erwähnten blauen Zonen der Erden. Das sind Regionen wie Okonawa in Japan oder Sardinien in Italien, wo die Menschen tendenziell länger leben und gesünder altern. Sie vereinen bestimmte Lebensmerkmale. Dazu gehören eine pflanzenbasierte Ernährung, mäßige Kalorienzufuhr, regelmäßige Bewegung und soziale Aktivitäten. Doch ihr Vorteil wird allerdings in dem Maße kleiner, wie die Ernährung auch dort ungesünder wird. So gehört ungesunde Ernährung zu den bedeutendsten Risikofaktoren für Gesundheitsbeschwerden und steht im engen Zusammenhang mit den sogenannten NCDs. Das sind nicht übertragbare Krankheiten. Dazu gehören etwa Diabetes, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bestimmt kennst du den Satz, du bist, was du isst. Und das ist ein Satz, der das mega gut auf den Punkt bringt. Und der stammt vom deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach. Von 1804 hat er gelebt bis 1872. Und dieser Satz, du bist, was du isst, der bestätigt sich heute in Studien, die den Stellenwert einer gesunden, ausgewogenen Ernährung für ein langes, anhaltendes, gesundes Leben mit körperlicher sowie geistiger Gesundheit in den Fokus stellen. Interessant, oder? Schon so alt der Satz. Und es hat Bestand, wie so häufig, dass Dinge, die schon sehr lange bekannt sind oder beziehungsweise gesagt worden, heute in der Forschung bestätigt werden. Und der Altersforscher Prof. Dr. Walter Longo, der hat das Buch geschrieben Isst dich jung? Das ist ein internationaler Bestseller geworden. Der ist der Ansicht, dass wir immer noch die Bedeutung der Ernährung für gesundes Altern massiv unterschätzen. Er geht davon aus, dass Ernährung wahrscheinlich der wichtigste Faktor für die Gesundheit in den kommenden 30 Jahren sein wird. Und ich gehe auch davon aus. In diesem Zusammenhang ist der One-Health-Ansatz erwähnenswert, da er die Wechselbeziehung zwischen Mensch, Tier und Umwelt in den Blick nimmt. Der Begriff One-Health steht für einen Forschungsansatz, der verschiedene fachliche Gesichtspunkte integriert, um die Wechselbeziehung zwischen Gesundheit von Menschen, Tieren und Umwelt zu gestehen. Fest steht, dass es uns nur gut geht, wenn es der Erde auch gut geht. Wir sind eben alle One. Um den Körper gesund altern zu lassen oder sogar zu verjüngen, gilt es also, auf unsere Ernährung zu achten. Dabei sollten wir nicht auf die Fülle an die E-Trends und sich widersprechende Empfehlungen uns nicht so verrückt machen lassen davon, denn sie sind gerne von den Medien gesteuerte Moden, wenn man einmal dichter raufschaut. Meiner Meinung nach sind wir besser beraten, einen Blick auf die ursprüngliche Ernährung in den blauen Zonen zu werfen und die entscheidenden Punkte herauszuarbeiten, die einen Hebel für unsere und die Gesundheit des blauen Planeten haben. Als erstes ist wichtig die Reduktion vom roten Fleisch und Wurstwaren. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat 2015 unverarbeitetes rotes Fleisch als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Verarbeitetes rotes Fleisch, also alles, was zwischen Grüllwurst und Salami liegt, wurde von der internationalen Krebsforschung der WHO mit dem Hinweis krebserregend etikettiert. In dem Zusammenhang einmal ein paar Zahlen. Aktuell liegt der durchschnittliche Fleischkonsum pro Person und Tag bei 150 Gramm, was mehr als ein Kilo Fleisch pro Woche bedeutet. Allerdings rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, zu deutlich weniger Fleisch. 300 bis maximal 600 Gramm pro Woche. Reduzieren wir den Fleischkonsum auf 100 Gramm täglich, verringert sich auch das Risiko für Darmkrebs signifikant. Es liegt aber immer noch 30% über dem von Menschen mit fleischloser Kost. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, in Bezug auf Longevity und was wir mit der Ernährung machen können, so wenig Zucker wie möglich zu konsumieren. Hier geht es nicht etwa um Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, die zu vermeiden und durch Proteine zu ersetzen sind. Was uns an Kohlenhydraten wirklich schadet, sind Glucose, das ist Traubenzucker, Fruktose, das ist Fruchtzucker, und Saccharose, das ist Rohrzucker. Es geht also um Einfach- und Zweifachzucker. Die sind enthalten, zum Beispiel in Weißbrot, Pizza, Chips, Süßigkeiten, Softdrinks und, 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 und. Doch warum sollen wir die weglassen? Zuckerreiche Lebensmittel fördern stille Entzündungen im Körper. Sie sind nicht spürbar, kommen aber als Ursache für zahlreiche Entkrankungen infrage, zum Beispiel Herzschwäche, Diabetes, Rheuma, Krebs, Depression und Alzheimer. Dritter Punkt, der sehr wichtig ist. Es ist schon eher Richtung ein No-Go. Das sind ultraverarbeitete Lebensmittel. Die solltest du so wenig wie möglich essen. Dazu gehören zum Beispiel Eiscreme, Chips, Frühstücksflocken, aromatisierte Joghurts und Kekse. Nur um einige zu nennen. Sie gehören zu den sogenannten ultraverarbeiteten Lebensmitteln. Gemeinsames Kennzeichen dieser, ich würde sagen in Anführungszeichen Lebensmittel, weil sie sind nicht unbedingt zum Leben geeignet. Es ist das gemeinsame Kennzeichen von diesen Lebensmitteln. Sie enthalten fünf oder mehr Zutaten und mehrere Zusatzstoffe. Ultraverarbeitete Lebensmittel, die werden mit 32 gesundheitsschädlichen Auswirkungen in Verbindung gebracht, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Fettleibigkeit, psychische Probleme und Diabetes. Die Forschung geht heute davon aus, dass eine Ernährung mit einem hohen Anteil an ultraverarbeiteten Lebensmitteln, die übrigens UPF abgekürzt wird, für die meisten, wenn nicht sogar für alle unsere Körpersysteme schädlich sind. Davon geht man aus. Es scheint auch so zu sein, dass wir Menschen, wir uns nicht vollständig an diese Produkte anpassen können. Das Problem, diese Lebensmittel werden weltweit immer mehr Bestandteil der Ernährung und machen etwa in den USA und in den Vereinigten Königreich mehr als die Hälfte der täglichen Kalorienzufuhr aus. Also richtig, richtig viel. Und eine kleine Anmerkung hier noch. Die Lancet-Kommission, das ist ein Format aus internationalen Experten und Experten zu verschiedenen Forschungsthemen. Die Lancet-Kommission, die beschreibt Adipositas, also Übergewicht, Unterernährung und Klimawandel als eine globale Syndemie. Und sie meint damit, die Synergie der drei Pandemien, die weltweit zeitlich und örtlich zusammenhängen, auftreten, interagieren und komplexe Folgen als auch gemeinsame Gründe haben. Und die ultrahoch verarbeiteten Lebensmittel sind eine der wichtigsten Ursachen dafür. Also es geht um unsere Gesundheit und auch um die unserer Erde. Der vierte und letzte Punkt, den ich hier anführen möchte, es gibt natürlich noch einige, aber ich finde den vierten jetzt hier noch sehr wichtig, ist Kalorien zu reduzieren. Weniger ist oftmals mehr, auch beim Essen. Wer weniger isst, tut seiner Gesundheit Gutes und kann damit seine Lebenserwartung erhöhen. Dass gedrosselte Energie, Kalorienzufuhr gesund ist, wurde bereits an Fischen, Fliegen, Würmern, Mäusen und Hunden nachgewiesen. US-amerikanische Studien zeigen, dass es auch für den Menschen gilt. Was passiert, wenn wir weniger Kalorien zu uns nehmen? Eine kalorienarme Ernährung verlangsamt den Stoffwechsel und macht ihn damit effizienter, was wiederum sich positiv auf die Zellen und in der weiteren Folge auf die Organe auswirbt. Dadurch steht mehr Energie zur Verfügung für andere Aufgaben in der Zelle, sowie etwa Reparaturmechanismen, die sonst eben nicht zur Verfügung steht, die Energie. Wenn wir halt zu viele Kalorien essen und in unserer Welt, also wo wir halt genügend Lebensmittel zur Verfügung haben, essen wir im Durchschnitt zu viel Kalorien. Also viel mehr, als wir brauchen. Wenn man den Durchschnitt nimmt, sind das pro Tag ungefähr. Zahlen sagen, dass es 300, 350 Kalorien pro Tag sind im Durchschnitt. Also eh, dass wir die zu viel essen. Wichtig ist natürlich, bei einer Kalorienreduktion darauf zu achten, dass der Körper genügend Nährstoffe erhält. Es gilt also Qualität statt Quantität. Wichtig als Abschluss ist, Verantwortung für die eigene Longevity zu übernehmen. Es ist nicht vorauszusehen, wie sich die Lebenserwartung in den nächsten Jahren entwickeln wird. Umwelteinflüsse haben neben der Ernährung auch einen großen Anteil unserer Lebenserwartung. Klimawandel, Verlust an Biodiversität, Luft- und Wasserverschmutzung spielen beispielsweise eine entscheidende Rolle. Aber es gibt da noch einige Punkte mehr, was mit den Umwelteinflüssen zu tun hat. Das ist wirklich, ja, das ist in Zukunft ein ganz wichtiges Thema, die Umwelteinflüsse, die auf unser Leben Einfluss haben. Und dem entgegenzuwirken, bedarf es eines wachsenden Bewusstseins und persönlicher Verantwortung für den individuellen Lebensstil. Das Gute daran, jeder von uns hat Einfluss auf seine persönliche Longevity und damit auch Einfluss auf unsere Mutter Erde. Denn wie dieser Ansatz, One Health, es gehört, wir sind einfach eins, wir sind One. Wenn es uns gut geht, wenn wir auf uns achten, dann hat es eben auch Einfluss auf unsere Ernährung, weil das, was uns gut tut, tut auch unserer Mutter Erde sehr gut. Ich habe übrigens dazu auch einen Artikel geschrieben für die FIBO. Dort gibt es auch ein Rezept für die Langlebigkeit, also etwas Leckeres. Und zwar ist das eine Erbsengurkumule auf Vollkornbrot. Und die ist mega vollgestopft mit Spermidin. Das ist ein Anti-Aging-Werkstoff, der unsere Zellen gesund hält und als eine vielversprechende Strategie für gesunden Altern gilt. Also wenn du nochmal lesen möchtest und das Rezept haben möchtest, was so easy ist und das ist so lecker, dann schau unbedingt in die Shownotes, weil da verlinke ich dann einmal zu dem Artikel mit dem Rezept und auch auf die FIBO, wo du dir Tickets besorgen kannst und dann siehst du auch, was dort alles für tolle Programmpunkte sind, was dich in Köln erwartet und auch wo du mich treffen kannst. Dann hab einen wunderbaren Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du hier zuhörst. Ich schenke ganz liebe Grüße vom Zürichsee und sage, stay healthy, stay cool. Tschüss.